Was ist denn dein Plan gerade, Ömmi? Schatty, was ist denn da? Willst du Mütze besuchen? Guck mal hier. Mütze, Ömmi war zu Besuch. Ja. Müssen wir aber noch ein bisschen vertagen, so was, Ömmi, weißt du? Mütze ist gerade noch so ein bisschen in der Stress. Mütze muss erstmal ein bisschen runterkommen, weißt du? Ja. Du süßes Bär. So, Ömmi geht mal nochmal in die Hütte. Allihop. Zack. Prima. Ochi macht gleich euer Jampjamp neu.